Du bist auf der Suche nach einer Zusammenfassung von Goethes Die Leiden des Jungen Werther? Dann bist du bei unserem Video genau richtig. Wir stellen dir jetzt den Inhalt und die wichtigsten Figuren vor. Los geht's! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Die Leiden des Jungen Werther ist ein Briefroman, den Johann Wolfgang von Goethe 1774 veröffentlichte. Der Roman gehört zur Epoche des Sturm und Drang. Es geht darin um den jungen Mann Werther, der an eine bereits verlobte Frau namens Lotte verliebt ist. Weil sie kein Paar sein können, fühlt sich Werther hoffnungslos und nimmt sich am Ende das Leben. Damit du dir die Handlung besser vorstellen kannst, hilft dir eine Figurenkonstellation. Die siehst du hier. Die Handlung ist vor allem durch den Dreieckskonflikt zwischen Werther, Albert und Lotte bestimmt. Werther ist ein Jurist aus dem gehobenen Bürgertum. Der hilfsbereite und beliebte Mann strebt nach Freiheit. Die findet er zum Beispiel in der Natur. Er ist verliebt in Lotte, doch sie ist mit Albert verlobt und sieht in Werther nur einen guten Freund. Die beiden haben viele ähnliche Interessen, weshalb Werther sie als seine Seelenverwandte ansieht. Albert ist der Verlobte von Lotte. Er ist fleißig und viel auf Geschäftsreisen. Sein Charakter ist das Gegenteil von Werther, denn Albert denkt sehr rational und handelt mit seinem Verstand. Als letztes gibt es noch Wilhelm. Er ist ein Freund von Werther. Alle Briefe in dem Roman sind an ihn adressiert, doch ansonsten erfährst du wenig über ihn. Du möchtest kostenlose Bildung unterstützen? Dann abonniere unseren Kanal. Perfekt, jetzt wo du alle Figuren kennst, können wir direkt mit der Zusammenfassung weitermachen. Der Roman besteht aus Briefen von Werther an seinen Freund Wilhelm und wurde von einem fiktiven, also ausgedachten, Herausgeber veröffentlicht. Die Handlung findet innerhalb von 20 Monaten statt. Der erste Brief ist vom 4. Mai 1771 und Werther stirbt am 23. Dezember 1772. Außerdem ist der Roman nochmal in zwei Teile gegliedert. Die stellen wir dir jetzt vor. Der erste Teil beginnt mit einer Einleitung durch den Herausgeber. Er berichtet, dass er alle Briefe, die er finden konnte, in dem Werk zusammengetragen hat. In den ersten Briefen schreibt Werther seinem Freund Wilhelm über einen Erbschaftsstreit seiner Familie, um den er sich kümmern soll. Deshalb ist er in seine Heimat gereist. Er verbringt viel Zeit in der Natur und geht täglich spazieren. Außerdem berichtet Werther über seine Hobbys, Zeichnen und Lesen. In den nächsten Briefen erzählt Werther von seinem ersten Treffen mit Lotte. Er ist auf dem Weg zu einem Tanzball und Lotte fährt mit in seiner Kutsche. Auf dem Ball ist Werther beeindruckt von Lottes Persönlichkeit, vor allem von ihrem Charakter und ihrem Aussehen. Im Grunde genommen hat sie genau das, was Werther in einer Partnerin sucht. Er erfährt aber auch, dass Lotte mit Albert verlobt ist, der gerade auf Geschäftsreisen ist. Lotte mag Albert sehr. In den folgenden Wochen verbringt er viel Zeit mit Lotte. Er will dadurch erfahren, ob Lotte ähnliche Gefühle hat wie er. Mittlerweile wünscht sich Werther nichts sehnlicher, als seine eigene Familie zu gründen. Er weiß, dass er Lotte liebt. Sie spricht aber immer noch viel von Albert. Werthers Mutter und sein Brieffreund Wilhelm schlagen ihm vor, Abstand zu ihr zu halten, indem er auf Reisen oder Arbeiten geht. Werther lehnt das allerdings ab. In den nächsten Briefen berichtet er, dass Albert zurückgekommen ist. Die beiden Männer haben gezwungenermaßen ein freundliches Verhältnis zueinander. Werther besucht Lotte weiterhin. Trotzdem versucht Werther auch, Albert aus dem Weg zu gehen und Lotte allein zu treffen. Wilhelm rät ihm, entweder für Lottes Liebe zu kämpfen oder es ganz sein zu lassen. Werther traut sich beides aber nicht und macht weiter wie zuvor. Er unterhält sich außerdem viel mit Albert und stellt fest, dass beide ganz unterschiedliche Charakterzüge haben. Mittlerweile empfindet Werther die Natur nicht mehr als schön, sondern als Raum der Zerstörung. Letztendlich beschließt er, doch abzureisen. Damit endet der erste Teil des Briefromans. Super, jetzt weißt du schon einiges über Goethes Roman. Du bist neugierig geworden und willst wissen, wie es weitergeht und wie du das Ganze interpretieren kannst? Das erfährst du gleich im nächsten Video. Also bleib dran! Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.